Bei 5 Jahre Kulturwald, da frage ich mich nur, wieso ist man nicht schon früher darauf gekommen. Kultureller Austausch auf Augenhöhe. Jugendliche aus aller Welt treffen sich durch diese Initiative der Deutschen UNESCO-Kommission und des Auswärtigen Amtes. Was kann es Besseres geben? Ich wünsche Ihnen weitere 50, wenn nicht 500 Jahre Kulturwald.